In einer Klasse lernt jeder Schüler und jede Schülerin in einem anderen Tempo. Die einen erreichen schnell das Lernziel und andere brauchen dafür etwas länger und müssen mehr Aufgaben bearbeiten. Mit dem Lernpfad von It's Learning können Sie Ihren Schülerinnen und Schülern die Übungen und Aufgaben zukommen lassen, die Sie tatsächlich brauchen. Schauen wir uns also an, wie das geht. Dylan Tobias ist Lehrerin an einem Gymnasium und sie möchte ihren Schülern ein gutes Verständnis von Winkeln und Vielecken vermitteln. Dafür erstellt sie einen Lernpfad. Das Lernpfad-Element ruft sie als neue Aktivität im Planer oder bei den Ressourcen auf. Standardmäßig sind drei Schritte eingerichtet und natürlich können Sie Schritte löschen oder weitere hinzufügen. Unsere Lehrerin möchte ihren Lernpfad mit einem Test beginnen und so den aktuellen Lernstand der Schüler abfragen. Wer diesen Test gut besteht, braucht die weiteren Aufgaben gar nicht mehr zu bearbeiten und kann stattdessen zum Beispiel ein anderes Thema beginnen. Die Lehrerin wählt also zunächst den gewünschten Test aus ihren Ressourcen aus und fügt ihn hinzu. Als nächstes gibt sie die Kriterien für diesen Schritt an. Ein Schüler, der im Test mindestens 90% der Punkte hat, hat das Lernziel erreicht und den Lernpfad abgeschlossen. Alle anderen werden zum zweiten Schritt weitergeleitet. Hier können die Schüler nochmal die entsprechenden Informationen zu diesem Thema anschauen und gelangen dann zum nächsten Schritt. Zum Schluss gibt es wieder einen Test, in dem die Schüler mindestens 85% erreichen sollen. Andernfalls müssen sie Schritt 2 wiederholen. Nun ist der Lernpfad vollständig und muss nur noch für die Schüler aktiviert werden. Hier sehen wir Tschad, ein Schüler unserer Mathematiklehrerin. Er hat den Lernpfad bereits begonnen, dann aber unterbrochen. Er kann jederzeit daran weiterarbeiten. Hier sehen wir, dass Tschad bei der Bearbeitung des Lernpfads im ersten Test nur 65% erreicht hat. Und deshalb musste er auch den zweiten Lernschritt bearbeiten. Den aktuellen Bearbeitungsstand sieht Tschad in der linken Spalte. In der Mitte steht das Testergebnis. Kommen wir zur Schülerin Katie. Sie hat den Eingangstest gut bewältigt und hat somit den Lernpfad bereits abgeschlossen. Sie könnte jetzt zum Beispiel ein anderes Thema bearbeiten oder weiterführende Aufgaben erledigen. Jedenfalls braucht sie nicht die gleichen Wiederholungsübungen wie Tschad zu bearbeiten, bei denen sie sich nur langweilen würde. Wir sehen also, dass beide, Tschad und Katie, das gleiche Lernziel erreichen. Mit den Lernpfaden kann das jeder in seinem eigenen Tempo und in seinen eigenen Schritten tun.